BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Bei der Regierungspressekonferenz am Dienstag sprachen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manel Lucha über die aktuelle Corona-Situation. Insbesondere die Themen Impfreihenfolge, Teststrategien und mögliche Lockerungen kamen dabei auf den Tisch. Seit Montag können sich Lehrer und Erzieher ebenfalls gegen das Coronavirus impfen lassen. Diese Personengruppe wird der eigentlichen Reihenfolge vorgezogen. Eine Entscheidung, die zumindest der deutsche Ethikrat kritisch sieht, da es auch andere Personengruppen gäbe, die einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt seien, wie etwa Krebskranke, die eine Chemotherapie erhalten. Die Lehrer und Erzieher unter 65 Jahren werden dabei mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft, der teilweise von einigen Impfberechtigten abgelehnt wird. Der baden-württembergische Ministerpräsident erklärt daher seine Entscheidung wie folgt. Und es ist ja klar, bevor nun irgendwelcher Impfstoff rumsteht, weil er gar nicht abgerufen wird, verimpft man ihn besser an Leute, die damit geimpft werden wollen. Das ist genau der Grund, warum ich mich darauf eingelassen habe, diese Lehrerinnen und Erzieher vorzuziehen. Die Skepsis mancher Menschen gegenüber des AstraZeneca-Impfstoffes hält Kretschmann für unbegründet und nicht berechtigt. Die komplette Debatte um die Impfpriorisierung würde sich aber spätestens im zweiten Quartal sowieso erübrigen, betont Gesundheitsminister Lucha, denn dann gäbe es genügend Impfstoff für alle. Zur aktuellen Teststrategie erklären die Minister, dass das Land sieben Millionen Corona-Schnelltests bestellt habe und nun noch verhandelt werden müsse, wie die Tests eingesetzt werden. Den Kommunen werden zunächst drei Millionen Tests zur Verfügung gestellt, gegebenenfalls könnten aber noch mehr Tests besorgt werden. Um die aktuellen Corona-Maßnahmen wieder zu lockern, soll eine Inzidenz von 35 erreicht werden. Trotzdem wolle man neben Friseuren nun auch Blumenläden und Gärtnereien vorab öffnen. Weil erstens man den Verkauf im Wesentlichen im Freien gestalten kann. Wie Sie wissen, ist da die Ansteckungsgefahr nur ein Zwanzigstel so groß wie in geschlossenen Räumen. Außerdem haben die verderbliche Ware. Vorstellen könnte sich Kretschmann allgemein auch ein sogenanntes Click-and-Meet-Modell, also Einkaufen nach Terminvergabe. Die Mutanten des Virus bereiten dem Ministerpräsident weiterhin große Sorgen. Es sei gefährlich, wenn die Zahlen wie im Moment langsam ansteigen. Denn dann sei auch die Bereitschaft der Bürger, sich an strengere Regeln zu halten, geringer. Das Biotech-Unternehmen CureVac aus Tübingen stellt bereits große Mengen seines Corona-Impfstoffes her. Medienberichten zufolge wird der Impfstoff bei der Bio-Pharma-Firma Rentschler in Laubheim und in einem Werk von Wacker Chemie in Amsterdam produziert. Auch am Hauptstandort Tübingen produziert CureVac das Vakzin. Das Unternehmen plant, im kommenden Jahr eine Milliarde Impfdosen herzustellen. Im zweiten Quartal diesen Jahres möchte CureVac bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA einen Zulassungsantrag für seinen Impfstoff stellen. Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sollen bei der Impfung vorgezogen werden. Das hat der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Bundesimpfverordnung werde derzeit entsprechend verändert. Bereits ab heute sollte es für diese Berufsgruppen möglich sein, Impftermine zu vereinbaren. Das war bisher allerdings noch nicht für jeden möglich, wie der Südwestrundfunk vermeldet. Die Hotline, die für die Vergabe der Termine zuständig ist, sei nämlich erst am Montagmorgen über den neuen Impfplan informiert worden. Deshalb können Lehr- und Erziehungskräfte erst im Laufe der Woche Termine buchen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Vielen Dank.